Heiliger Strohsack. Fender übernimmt Presonus und damit Studio One. Und ob das für die Studio One User eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, darüber möchte ich jetzt mal mit euch reden. Hier die Meldung. Ah ne, das ist die News von 2002. Apple kauft Imagic und schmeißt Windows raus. Das war jetzt erstmal für die Windows User eine ganz schlechte Nachricht, aber für die Apple Mac User eigentlich eine gute Nachricht. Denn ich erinnere mich daran, dass die Imagic Version von Logic damals so um die 1000 Mark gekostet hat. Waren das schon Euro? Weiß ich jetzt gar nicht. Und auch alle zusätzlichen Plugins teuer gekauft werden mussten. Und dann so langsam über die Jahre sukzessive wurde das Programm immer günstiger und kostet heute nur noch schlappe 199 Euro inklusive aller Updates. Ich habe das Programm vor ein paar Jahren gekauft und nie wieder eine Mark an Apple bezahlt. Jetzt ist natürlich die Frage, schauen wir uns mal die News an, was uns hier erwartet. Fender kauft Presonus und hier in der Pressemitteilung gibt es natürlich einfach eine ganze Menge von Marketing bla bla. We are thrilled to welcome everyone at the Presonus team. So Sprüche kennt man ja, ist die Frage, was da wirklich dahinter steckt. Angekündigt wird auf jeden Fall, dass das Fender-Ecosystem oder Ökosystem durch die Übernahme aufgewertet werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht jetzt nur noch Fender-Amps in Presonus als virtuelle Amp-Models zu finden sind und so weiter. Oder dass vielleicht eine virtuelle Gitarre mit eingebautem DSP von Fender veröffentlicht wird. Oder ganz einfach, dass bei jeder Fender dann irgendwie eine Version von Studio One beilicht. All das kann man sich sicherlich gut vorstellen. Zum Beispiel kennen viele von euch ja eine Übernahme-Geschichte. Steinberg wurde ja gekauft, zuerst von Pinnacle Systems, das war nicht so prickelnd. Dann aber von Yamaha. Und ich muss sagen, als jemand, der das ein bisschen auch von innen beobachten konnte, hat sich das für die Produktqualität von Cubase am Ende des Tages eher positiv ausgewirkt. Also ich muss sagen, dass die Updates, die Steinberg so in den letzten Jahren rausgehauen hat, doch alle deutlich stabiler liefen, gute neue Features hatten. Einzige Wermustropfen ist, es liegt leider noch nicht kostenlos überall bei. Das wäre eine Geschichte, die fände ich jetzt mal für Steinberg eine gute Inspiration. Zu sagen, wir stellen einfach jedem Yamaha-Kunden, egal ob der ein Motorrad kauft, einen Außenbordmotor für seine Motorjagd, der kriegt von uns jetzt einfach mal was geschenkt. Und zwar schenken wir dem Einsteinberg Cubase. Wir kennen ja auch die Probleme, die zum Beispiel Gibson hatte. Die haben ja auch so unheimlich viel aufgekauft. Die haben mal Oberheim aufgekauft, ganz viele Firmen aus dem Musikbereich aufgekauft und haben sich dabei übernommen. Jetzt muss man tatsächlich mal beobachten, wie sich das auswirkt auf die Produkte. Ob dann noch alle Mitarbeiter, die da jetzt am Start sind im Marketing, im Sales, noch einen Job haben werden. Das könnte fraglich sein. Ich bin auch gespannt, wie sich das auf dem Support auswirkt. Das war zum Beispiel bei Steinberg erstmal ein richtiger Rückschritt. Denn der erste Käufer, Pinnacle, hat erstmal die Support-Abteilung von Steinberg verkleinert und aufgelöst. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde das mal genauer beobachten, was so in den nächsten Monaten bei Presonus und bei Studio One so passiert. Ciao!